Ich will hier überhaupt keine Russen sterben. So, Hälfte hat's. Was ist das denn hier jetzt? Ich hab die in der Erde drin. Die krieg ich grad unter der Matte durch. Im Abseher sind ein Lockhaus. Wow. Thank you. I will. Avanzat! Nein! Avanzat! Avanzat! Ja klar. Hallo, ich will nicht mehr fahren. Wie weg sollte man in D? Auf 2. Auf 2, ja. Oder 3 Fahrzeuge gibt's auch noch. Wie kann man in diesem billigen Panzer nie abfallen? Mit dem man selber nur so billige Panzer hat. Wie steht der denn da? Ich prall ab, ey. Ich prall ab, ey. An der Wäscheleine hängen. Ja, ernsthaft. Ich fahr halt außen rum, ey. Ja. Der macht natürlich einen Vollstreffer in meinen Panzer. Warum denn auch nicht? Faschisten! 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 Wir sind unter dem Angriff! Achtung! 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 Ja, du mit deiner 20mm! Achtung! Ah, Hunter! Ja, was ist denn mit denen los? Waren die blind oder was? Achtung! 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 Ui! Ui! Achtung! 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 Ahhhh, Beckis ist auf der linken Seite, oder auf der linken Seite, wo wir in der Zeit waren. Da bei den Bäumen war ich froh. Ah! ARTILLERY GUYS SHUT MORE LONG DISTANCE ARTILLERY GUYS SHUT DOWN ARTILLERY GUYS SHUT DOWN Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020